Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Dieses Video wird eine Art Hilferuf an euch. Denn nicht gerade selten ist es vollkommen, dass ich keine Ahnung hatte, was für ein Video ich als nächstes machen soll, weil ich im Grunde nicht sagen kann, was euch wirklich interessiert. Denn oft bekommen die Videos, in die ich am meisten Zeit und Arbeit gesteckt habe, die wenigsten Aufrufe, was einen wirklich schon sehr enttäuschen kann. Ich möchte mit diesem Video einfach euch, meine Zuschauer, ansprechen. Ich habe 5 Videoideen in die Kommentare geschrieben und ich würde mich freuen, wenn ihr abstimmen würdet. Der Kommentar mit den meisten Daumen nach oben wird dann das nächste Video. Wenn ihr andere Videoideen oder Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Falls ich weiterhin solche Umfragen machen soll, lasst diesem Video einen Daumen nach oben. Bis dahin, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.